Der mündige Bürger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und das meint im Übrigen auch die Bundeskanzlerin. Wenn der mündige Bürger gemeinsam mit der Bundeskanzlerin beschließt, sich einen Film anzusehen, dann können und dürfen wir als Generalsekretär der Mitte dem doch nicht im Wege stehen. Und insofern stehe ich geschlossen hinter der Kanzlerin und die Kanzlerin geschlossen hinter mir. Wo stehe ich? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bin nicht nur Ihre Bundeskanzlerin, nein, ich bin jetzt auch im Kino. Quasi wie Sophia Loren. Mein Name ist Horst Schlemmer. Ich werde Ihr nächster Bundeskanzler. Dann weißt du Bescheid. Horst Schlemmer. Ich kandidiere. Die Komödie des Jahres. Ab 20. August nur im Kino.